Hallöchen ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Moonlighter. So, da haben wir die Kerle, also den richtigen. Der hat sich da wohl festgegibtscht lol. So. Ähm. Ich dachte gerade man brauchte von den Kerlen auch was. Ich hatte eigentlich mich voll geirrt. Opa, das mach ich da. Ich bin gerade verwirrt. Entschuldigung. So, also, stellen wir uns wieder an. So gehört sich das. Halt, das kann man kaputthauen. Nix ist dran. Gut, weiter geht's. Wir brauchen jetzt insgesamt sechs Notizen von diesen rollenden Stein- und Haufen-Typis. Ich hoffe sehr, dass jetzt sie schon. Wie ein Glück. Der erste droppt. Der erste droppt. Wann haben wir Glück? Das waren jetzt da noch vier. So, wir hauen hier wieder ab. Wir schauen mal hier runter. Aha. Da ist nix. Wir schauen hier runter. Auch hier ist nix. Dann schauen wir hier rauf. Den Brunnen brauchen wir noch nicht. Das hier sind die falschen. Aber den Raum kennen wir sehr gut. Den Raum kennen wir sehr gut. So. Auch hier schauen wir. Hier gibt's auch nix. Das ist nix. Der Raum. Der Raum erledigt. Jetzt holen uns den Kerl. Au. Das gehört sich aber nicht. Hier geht's in die nächste Ebene. Das wollen wir noch nicht. Das heißt, wir gehen zurück. Wir gehen hier rauf. Hier ist leider kein Ballmonster. Alles zusammen würden wir jetzt noch vier Notizen, glaube ich, brauchen. Ich hoffe sehr, dass wir das hinkriegen. Das wäre mehr als super. Deshalb müssen wir auch alle Räume hier durchschauen, in der Hoffnung, dass wir diese Viecher finden. Alter. So. Auch erledigt. Fast. Wieder runter schauen. Nein, da ist wieder nix. Dann schauen wir uns hier noch kurz um. Steht hier was Neues drin. Die Danschen Erkunder haben sich weiter aufgespalten. Zwischen ihnen verläuft nun eine klare Trennlinie. Die Unterschiede sind glasklar. Auf der einen Seite Adrenalin, Junkies auf der Suche nach Ruhm und Gefahr. Diese Gruppe bezeichnet sich als Helden. Auf der anderen Seite stehen die Händler. Sie sind vernünftig und betrachten das Erkunden als Arbeit. Sie suchen keinen Ruhm, sondern nur die wertvollsten Gegenstände. Und den schnellsten Weg zum Ausgang. Ne, das ist ein Gerücht. Dann öffnen sie ihren Laden in der Stadt und verkaufen ihre Fundstücke. Die einen sind womöglich mutiger als die anderen. Die anderen dafür vielleicht klüger. Diese Entscheidung überlasse ich meinen Lesern. Ja. Auf jeden Fall sind wir die mit den dickeren Taschen. Geldtaschen. So. Da ist mir so ein Flammen-Wingelsviech. Ich will aber nicht die haben. Ich möchte gern... Besser runter? Nein. Ich möchte gern die Viecher haben... Ähm... Ja. Die uns diese Notizzettel geben. Auf uns baden. Und weiter geht's. Unsere Leben haben sich jetzt aber schön erhöht. Und die Schwung scheint. Nicht schlecht. Und der nächste Abteil. So. Und schon kommen wir in den Säulenraum. Was steht hier? Endlich konnte ich mich mit eigenen Augen vergewissern. Am Ende des Dungeons lauen riesige Kreaturen. Jawohl. Und besten sogar. Das hatten wir schon. Und erledigt dieser. Nächster. Aha. Da haben wir die Quelle. Auf den Tinos neuesten Dateneintrag 125. Unserem monatlichen Bericht zufolge werden unsere wertvollsten Gegenstände nicht angerührt. Nur Materialien und Geräte, die zum Bau unserer autonomen Wachenhüllen verwendet werden, verschwinden. Na schön. Ähm. Dann haben wir wieder ein anderes Monster. Die müssen uns beeilen, das zusammenzuschlagen. Okay, das war ich gleich ein bisschen zu früh getroffen. Was haben wir da drin? Fragezeichen und zerstört den Gegenstand der Rückkehr. Das machen wir natürlich nicht. Das verhindern wir. Dann nehmen wir die linke Seite zuerst. Gut, den haben wir besiegt. So. Beide besiegt ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob da was ist. Nein. Ist nichts. Dann gehen wir weiter. Das ist wieder der falsche. So. Dann nehmen wir aber trotzdem mit und hauen wieder ab. So. Hoppala gesteckt fest. Dann steigen wir auf. Da haben wir wieder mal einen. Autsch. Passt. Da waren es nur noch 3, die wir brauchen würden. Da ist er. Haben wir ihn gefunden. So. Das wird mir sehr gut gehen. Dann in die nächste Raum. Geht's da runter? Nein. Ich weiß nicht, dass es da runter geht. Aber ob es da auch was Besonderes gibt, würde ich wissen. Okay, die Küche, die Küche, die Truhe verschwindet, wollte ich sagen. Okay, die versinkt, wenn man nicht schnell genug ist, oder wie? Okay, was haben wir denn hier? Löteisen. Ein Werkzeug, um verschiedene Metalle miteinander zu verschmelzen. Okay, das kennen wir schon. Das auch, was haben wir hier? Zerstört den Gegenstand, ne? Ja, das tauschen wir gleich mit dem. So, drei, sieben müssten wir jetzt insgesamt haben. Aber noch hier ist keins. Ja, ich glaube, diesen Auftrag, den schaffen wir, glaube ich, nicht. Wir würden noch drei brauchen insgesamt. Drei Notizzettel. Dann werde ich mal in die nächste Abteilung gehen. Und hoffen, dass wir ganz schnell noch drei von diesen rollenden Viechern finden. Und dann müssen wir zurück. Das wäre echt jetzt Riesenglück, wenn wir das hinkriegen würden. So, hoffen wir das Beste. Nein, das ist schon okay. Boah, die sind schon ganz schön stark. Holen wir weg. So, was können wir weghauen? Ich glaube, das hier. So, was haben wir hier drin Schönes? Etwas zu nach Hause teleportieren wäre mal nicht schlecht. Ähm, Flucheffekt aufgewogen. Schauen wir mal, ob ich Glück habe. Leider nichts zum Stecken. Bei Rückkehr dupliziert. Ich würde sagen, ich verbrenne das hier mal. Ich weiß, das Feuergelee ist wertvoll, aber was soll ich machen? Was, mein Lieber, soll ich denn machen? Oh, äh, das falsches Ding. Dann müsste ich es mit dem hier tauschen. Das wir zu dem. Okay, mitnehmen. Mitnehmen. Ich würde sagen, das verbraten wir. So. Und das. So. Boah, der kommt wie gerufen. So, und weiter. Dann haben wir was Neues. Dateneintrag 196. Diese verdammten, die bearbeiten effizient. Sobald ein Raum nicht mehr unterbrochen steht, würden sie nur unsere Autonomeinheiten und können unsere Warn noch beschützen. Okay, da sind wir auf Ablee. Wow. Bist du Deppart? Okay. Das war Finn Hugo. Ja, das war Finn Hugo. Ich hätte nur dir zu schützen müssen, ich Idiotin. Ich hätte sie schützen müssen. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Ich gebe es ehrlich zu. Ich hätte sie schützen müssen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so leicht verlecken werde. Ach, ist das ärgerlich. Aber das könnte die einzige Chance sein, die wir haben. Ähm. Und das zu kriegen, was wir brauchen, wie spät haben. Also, ist das noch? Muss ich jetzt eigentlich schon raus? Ja, ne? Wobei, ist es sehr egal. Wir können den Auftrag eh nicht erfüllen, das ist sehr wurscht. Mann. Falsche Waffe. Hallo. Mann. 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 ekelhaft gefehlt habe. Ich packe gleich die Notiz. Hier hin. Ach, das ist wieder ärgerlich. Überaus ärgerlich. So, ja, was soll man machen? Richtig gehabt. Ich werde versuchen, dort die Notiz fertig zu sammeln, auch wenn es nichts bringt. Ja, so, die zählten wir schon wieder. Also die ersten beiden. Na? Ich habe keinen Bock mehr scheinbar. Gut, glaub mir. Es fehlt nur noch eine eigentlich, ne? Oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Eine oder drei? Ich weiß es gerade wirklich nicht mit Sicherheit. Was hätten wir? Dann geht es unten noch weiter. Mir kam vor, ich hätte müssen Sex erfahren. Das heißt, es wird nur zwei fehlen. Nochmal runter. Nein, das wollte ich. Nein. So, ich versuche noch ganz schnell, zwei zu sammeln. So, das hätten wir. Gehen wir schon durch. Hoffen wir, das beste zwei Lebens, also Heiltränke haben wir noch. Ui, das ist echt mühselig. Aber ich fürchte sehr stark, dass ich es schon vermasselt habe. Alter. So, den wir auch gut schnell kaputt haben. So, passt. Was macht der noch Schönes? Ich glaube, da kann man was mit dem tauschen. Dann ruinieren wir eigentlich, also dann machen wir die kaputt. Und den machen wir auch kaputt. Dann verkommt nichts. Hatten wir das schon? Das ist ein isolierender Staub. Staub, um Leiter, was Staub, um Leiter, Gengize zu isolieren. Dann gehen wir rauf. Dann wieder ein Griff ins Klo. So. Dann ausweichen, schön. Dann ist er da oben. Und erledigt. So, ein Tränkelein. Und ich muss da nochmal würfeln. So. Der war nicht richtig. Na, ich bin da. Dankeschön. So. Dann hier rüber. Aber das zum Heiden ist super. Oh Mann, ich würde auch nur zwei Notizzettel noch haben. Das war nicht gleich, haben wir. Passt, erledigt. Kann man da irgendwas schon nach Hause bringen? атель. Schaut nicht aus, ne? Okay. Das noch ruinieren. Das mit dem noch tauschen, da das nur ein einzelner ist, können wir es mit dem tauschen. Den holieren wir und den zerstören wir auch. So, dann geht es weiter. Da ist auch nur ein Schuss in den Ofen. Leider. So, dann können wir wieder gehen. Da hätten wir vielleicht noch eine Chance da oben. Ansonsten geht es jetzt knapp. Nein. Auch hier haben wir leider keine Chance. Schade. Nein, das ist auch nichts. Gut, dann habe ich gehabt. Aber ich glaube, wir hatten nur vier. Ansonsten waren wir ja schon überall. Wenn wir zurück sind, hilft nichts. Wahrscheinlich ist es aber eh schon Nacht, dann war das jetzt alles eben sonst. werden wir gleich sehen. Ja, es ist Nacht. Den Tag habe ich vergeigt. Okay. Macht nichts. Macht nichts. Dann halt fürs nächste Mal. So. Äh, was? Wo sind jetzt meine Notizzettel hin? Gegenstand in der Richtung zerstört. Ich habe nicht aufgepasst, ne? Ach, Rupfenkatsch. Jetzt wird es echt unglaublich. Ach, was soll's? Echt unglaublich. Ach, was soll's? Weg damit. So. Was haben wir noch? Das ärgert mich jetzt. Ähm. Ja, die Emission haben wir vergeigt. Jetzt sind wir gleich beim siebzehnten, ne? Landschaftsgärtner-Notiz. Jetzt überprüfe ich das nochmal, ob ich das wirklich verhaut habe. Landschaftsgärtner-Notiz. Notifizierte Samen, die haben wir. Gut. Dann schauen wir beim Schmied vorbei, ob er was tun kann für uns. Was? Hallo? Nein. Ja? Das schaut gut aus. Ah, wir haben zu wenig Geld. Das schaut schlecht aus. Aha. Na gut, wir haben zu wenig Geld. Ansonsten hätten wir es uns leisten können. Ach. Die Bank will ich nicht unbedingt zahlen. Also kaufen. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, ehrlich gesagt. So. 2, 3, 4, 5 machen wir wieder. Macht eh einen anständigen Brenner. Dann rüsten wir das Zeug auch gleich. Ach so, okay. Ich hätte nur 4 gebraucht. Egal. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich wieder zurück in den Dungeon. Und farm noch ein bisschen. Ja, das mit dem Auftrag war jetzt echt blöd. Das ist mega dumm gelaufen. So. Mal ein Schlückelein trinken. Prost auf euer Wohl. So. Ah ja. Ah, was haben wir denn da? Jetzt können wir das uns auch mal anschauen. Das ist dann schon der Tech, also der nächste Bereich. So. Der hat nichts noch gescheites für uns. So. Und da hat er was getrocknet. Und zwar. Drähte. Kleine Metallstränge zum Leiten von Elektrizität und Kristallscherbe. Zerbrochene Kristallüberreste. Einige Auszeichnungen deuten darauf hin, dass diese Überreste einst von Energie erfüllt wurden. Okay. Äh, ich will weg. Hier geben wir uns wahrscheinlich nichts. Nein. Ah, da geht's weiter. Da geht's weiter. Halt, da ist noch was. Magnetit. Ein Mineral, das zur Magnetisierung anderer Materialien verwendet wird. Okay. Da ist nichts. Dann gehen wir da mal durch. Hallo. Bastian haben wir erledigt. Der ist auch erledigt. Das können wir alles einsammeln. Da ist nichts. Dann gehen wir mal zurück. Dann gehen wir hier rein. Ach, da haben wir gerade so was komisches. So. Ach so, das. Ich verstehe schon. Die Notizen sind vorhin deshalb verschwunden, weil wir die Mission nicht dafür bekommen, ne? Und im Voraussammeln gibt's nicht. Aha. Hm. Das erklärt wieder so einiges. Weg mit dir, du Fisch. So. Magnetit. Das kriegt man schon von den Viechern hier. Ich dachte, das wär so ein, so ein Item von der anderen Welt. Valkanstein hatten wir auch noch nicht. Stein aus Magma, die zu lange an einem Ort verweilt hat. Rau und porös. Ideal für Filter. Fisch. 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 So. Und das nächste Räumchen. Nadel. Jetzt ist er ganz oben, ist eh klar. So. Da unten ist schon eh nichts. Doch, da ist was. Wui. Das nehmen wir gerne mit zu. Dankeschön. Und dann gehen wir wieder. Und zwar auf die andere Seite. Ja, ja. So. Den kehren wir noch. Aua. Was, das wär's. Ist da noch irgendwas unten? Ja. Hui. Das ist jetzt halt sich ja richtig aus. So, den haben wir auch. Den haben wir auch erledigt. Den haben wir fast erledigt. Der ist auch erledigt. Und der ist auch gleich erledigt. Wow, der verträgt einiges. Alter. Jetzt hauen wir. Sehr, sehr gut. So, mal schauen, was du tropst. Ruhe öffnen, bitte. Ein Waldesröhrl. Und wüsst ein Steinchen. Sehr gut. Und dann hauen wir ab. Das wär's, glaub ich, soweit hier, ne? Können wir hier runter. Und dann gehen wir uns kurz mal ein bisschen heilen. Und dann geht's weiter. Der hat erledigt. Das ist auch erledigt. Die Truhe können wir öffnen, das können wir, hoppala. Mitnehmen. Das auch. Sehr, sehr gut. Nächster Raum. Also in dem Raum wär's sehr fatal, wenn du diese Rollenbosser hättest, ne? Das ist jetzt Gegner da. Das wär echt schlimm. Wir können die nächste Ebene gehen, bedenkenlos. Wir werden uns jetzt zurückporten, weil, ähm, Part für heute ist vorbei. Leider. Also wir porten uns raus. Ja, bitte. Einmal teleportieren. So sagt man sicher, Herr Klinger. Und dann im nächsten Part müssen wir wieder ein bisschen was verkaufen, ne? Rapparapapa. So. Dann schauen wir mal uns den Laden an. Rapparapapapai. Haben wir vielleicht irgendwas für die Sale-Kiste? Ja. Da sehen meine Euglern schon was. So. Jetzt könnten wir eigentlich uns schon langsam trauen, die alten Dungeons zu besuchen. Also Golem-Dungeon und so, ne? Auch bis zum Big Boss und so weiter. Das könnten wir uns schon trauen. Eigentlich. So. Immer her mit dem Graffel. Die Knolle lasse ich lieber. Eigentlich müsste ich diesen Titanen-Großschwert verkaufen, weil das ist nicht das Schwert, das ich gerne haben möchte. Ich glaube, das traue ich mich auch, dass ich den jetzt hergib. Ich muss nämlich das Schwert von Anfang wegschmieden, um das zu bekommen, was ich gerne haben möchte. So, ihr Lieben, und im nächsten Part werden wir wieder verkaufen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!